So, hier ist wieder ein Video von mir und DMA4711. 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 Okay, kommen wir später zu. Hier haben wir einen anderen Ehrengast. Ich weiß nicht, ob er einen Youtube-Account hat, aber ist ja egal. Da haben wir auch noch zwei Gäste. So, hier ist wieder DMA47. Ich zoome ein bisschen ran, damit wir die Hässlichkeit von ihm sehen. Ja, ganz viel Hässlichkeit. So viel Hässlichkeit auf einmal ertragen wir nicht. Deswegen mach ich wieder zurück. Ich geh leider wieder zurück. Und, äh, ja. Er zeigt des Gottesfinger. Das ist der Finger, womit er sich den Finger über den Arsch steckt. Jetzt guckt er richtig scheiße. Und Niko will nochmal winken. Und da sind die alle beiden. Die sind zusammen. Die lieben sich. Jeden Tag Sex. Ja, jeden Tag Sex. So, und, äh, hier wieder. Guckt euch mal die Titten von ihm an. Guckt ihr. Boah, guckt ihr euch an. Das war ein schönes Video für Youtube. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Mit seinen Big Tits. Und jetzt gleich bekommt er wahrscheinlich wieder seinen Pissblick. So sieht das aus. Ja, ich glaub schon. Nein, er wird wieder fröhlich. Ja, das ist gut. Das ist immer gut. Immer gut. Immer gut. Genau. Oh nein. Er bekommt seinen Pissblick. Er bekommt seinen Pissblick. Er bekommt seinen. Ja, ich guck die ganze Zeit. Ich guck die ganze Zeit. Ich guck die ganze Zeit. Ah. Tschüss. Und das war's. Das sind die beiden wieder.